schön dass ihr mit dabei sein herzlich willkommen zurück zu city skylines mit sunset habe und wir müssen uns wohl heute mal ein bisschen weil wir da kleine verkehrsprobleme obwohl die verkehrsprobleme gehen eigentlich ja größtenteils in den griff gekriegt hier so eine kleinigkeit aber das ist auch noch nicht so schlimm nee was ich meine wir müssen uns mal ein bisschen um die optimierung den bus linien kümmern da führt leider kein weg an vorbei weil irgendwo hapert das dazu muss ich jetzt aber erstmal kurz gürtgen wo haben wir die bus überhaupt verkehrsfluss ist bei 75 prozent naja es geht ja noch es geht ja dann hatte ich mir schlimmer hoch vorgestellt aber nicht so ganz optimal wir wollen jetzt natürlich nach den busen gucken ich will noch mal kurz gucken wo ist denn viel verkehr hier so du das ist ja auch touristen ecke hier ist wirklich viel verkehr alter warum ist es okay das ist ja ja gut das sind hier halt die hau punkte aber der rest geht in der stadt gut hier so ein paar kleine punkte aber größtenteils bis auf die ecken die müssen wir irgendwann auch mal geregelt kriegen geht es größtenteils hier ist noch mal sehr viel verkehr aber gut das ist industrie verkehr aber es läuft ja ist ja jetzt nicht so dass es steht aber ich wollte jetzt hauptsächlich nach den busen gucken busse haben wir 1.395 pro woche damit fahren sogar die meisten touristen na gut und von denen haben wir 1025 kümmern wir uns erstmal um die normalen busse und da haben wir ja mittlerweile so einige buslinien leider da ist das so die frage fangen wir mal an mit linie 1 halte schon zwölf fahrzeuge 9 von 30 partagieren wird das scheint ja nicht allzu viel lust zu sein welche linie ist denn das die linie hier hätte ich einfach nur so im kreis oder echt jetzt also noch eine überflüssige linie naja gut die fälte sind zickzack so überflüssig scheint gar nicht zu sein aber warum fahren da so wenig leute mit da müsste ich jetzt mal ganz kurz gucken das kann das wohl nicht so hält hier bei den hubschraubern klar da ist voll hübschrauber sind sowieso voll die linie die lang ich sehe die gerade nicht es ist die hübschrauber linie es ist die u-bahnlinie darunter die buslinie ist das da aber die endet hier plötzlich mittendrin irgendwo der busseite stelle muss ja auf jeden fall warum fahren da so wenig mit ich sehe da gerade nicht war hier muss irgendwo der busseite stelle sein oder es ist doch eine busseite stelle sehe zumindest keine hier ich meine hier ist die kleine einbuchtung da aber hier halt noch die elektro busse oberleitungs bus ja warte mal irgendwas ist doch verkehrt da muss ich jetzt mal kurz gucken und zwar ich habe bei normalen bussen gekocht warum zeigt er mir dann der busseite stelle vom oberleitungs bus buslinie einstehen die muss sie stehen hier mit zwischen da müssten einige schulbusse fahren nein ich bin hier verrutscht war auf die behalte stelle 1 das ist die hier das steht so gut wie niemand halte stelle 2 die busse sind sowieso alle so gut wie leer also diese linie wird nicht wirklich benutzt genauso wie drei die man nicht mehr sie dachte ist dahinter hoch aus da stehen jetzt zumindest ein paar also auf dieser buslinie hier brauchen wir definitiv nicht so viele buste da können wir die bischen runter drehen und da ist ja kaum verkehr runter auf fünf müsste locker reichen das ist wieder bei sieben von fünf warum die gewinnen jetzt nach und nacherst ins depot so dann gucken wir mal an die zweiten buslinie da ist es offen muss die einzelne buslinie jetzt durchgehen dann muss man bisschen optimieren das wäre die hier also das ist schon 210 passagiere hier schon einiges mehr unterwegs und zwar bus haltestelle eins ist es diese hier gut da stehen jetzt nur zwei leute das ist nicht allzu viel denn haben wir noch buslinie 2 also muss die stelle 2 das geht alles noch das ist die 1 für die gegend da steht schon mehr gut hier da ist schon voller aber die busse fahren hier leer naja leer ist das auch nicht alles ist laut also die busse reichen hier gerade ebenso hier kann ich nichts ändern hier kann ich keine zu machen aber auch keine weniger machen das geht so auch nicht heißt das laut denn noch einmal die linie 3 moment hier kommen hier ist wieder das problem dass ich so schon kaum passagiere eine busseite stellen aber wirklich glauben die busse sind größtenteils leer aber fahren 15 busse das tut nicht nötig die werden wir auch mal ein bisschen runter beschränken also sparen wir ein bisschen geld machen wir mal runter auf ich würde sagen nach fünf ist so wenig ich wollte sieben aber machen wir acht sind immer noch sieben busse weniger als vorher dass so viele leute stehen hier ja gar nicht alle leer das tut gar nicht nötig es werden hier nach und nach busse rausgenommen gut sind es nur zehn gleich geht er runter auf acht das spart ein tickchen geld ich meine jetzt nicht allzu viel aber ein tickchen warum sollen wir da so viele busse fahren lassen wenn wir sie nicht brauchen das ist totaler blödsinn das war jetzt linie 3 die wir geguckt haben wir mal kurz bei linie 4 gucken da sind 85 da ist auch nicht so viel los nein das sehe ich ja so schon 0 1 0 7 2 und hier unten steht mal 11 aber die busse fahren auch größtenteils leer wir haben sieben busse im einsatz glaubt da reichen 4 so wir müssen voll und ganz reichen wenn sie zumindest mal voll gut ich kann zu viel einsetzen denn haben wir hier ja noch soll linie 4 kommt jetzt linie 5 jetzt kommt erst mal die kunden dazwischen ach komm junge ja ich weiß die uni verliert gerade massiv an schüler nicht ich weiß nicht warum müsste ich gleich mal gucken warum das problem hatten wir schon beim letzten mal ich habe keine ahnung warum das so ist es kommt aber erst mal linie 6 dran linie 6 so linie 6 hat schon kaum verkehr würde ich sagen kaum muss halt erstellen und kaum leute da also das lohnt sich gar nicht wirklich 13 busse alter die die schrauben wir auch mal runter auf 5 weil da ist ja kaum verkehr wahrscheinlich weil die strecken so weit sind schnell setzt er mehr busse ein damit die fahrtzeiten kürzer werden aber wenn da kaum leute stehen lohnt sich das auch nicht wirklich gut denn fehlt noch wir hatten gerade die sechs denn für die wir hatten gerade fünf jetzt zeigte werden 290 passagiere wo so wenig an der haltestellen stehen das muss ich nicht verstehen oder da muss ich noch mal gucken da steht echt nicht viel also die busse die wir jetzt eingesetzt haben sollten erreichen da habe ich gar nichts geändert bei welchem jeweilchen leben 19 die busse sind hier teilweise sogar voll ja vielleicht wäre es hier besser ein bisschen mehr einzustellen so auf 14 ein paar busse mehr dann wird das vielleicht ein bisschen leerer genau weil jetzt linie 5 und den fehlt natürlich noch die linie 6 da scheint auch so viele zu sein das sind diese hier zwei naja da stehen mal 20 da stehen weil da brauchen wir nicht ganz so viele habe ich auch runter gedreht ok dann war das wieder dann hatte ich kam ich da eben durcheinander die linie 7 scheint aber gut voll zu sein das ist die die hier zu dem überland bus abfährt 36 oder 12 20 und die busse sind ja die busse sind voll da sind 15 bus unterwegs sind alle voll ok die ist definitiv überlastet da kommen auch jede menge touristen da müssten ein paar busse zu nehmen wir mal 21 haben wir auch sechs dazu bleibt das vielleicht ein bisschen besser bezweifle ich zwar die dürfen hier schon bei der ersten alte stelle das ist die jeder halb muss überhaupt gleich alle voll gut da müsste man nicht mal gucken zu viele busse verursacht halt wieder verkehrsstau das ist das problem wenn ich das noch ein bisschen hochdrehen aus 26 da kommt zumindest ein paar mehr leute mit events war jetzt mit der zeit immer wieder leerer obwohl die kommen ich will fast voll an mal abwarten wie sich das hier geht auf jeden fall dürfte das mit voll sein hier er hat sich jetzt erstmal gegeben das war jetzt linie tut mir leid das wird nicht mehr machen das war die linie 7 dann haben wir noch die linie 8 genau das ist die andere hier die ist nämlich genauso voll hat diesen bus ab benutzen sie wirklich das sind aber auch teilweise die touristen die hier ankommen ja ich glaube die busse werde ich auch mal hochdrehen müssen aus 26 26 so ergibt sich das hier hoffentlich auch ein bisschen und dauert ja ein bisschen bis die busse ankommen die müssen erst mal aus dem depot kommen so dann haben wir zumindest zum teil der füllen uns noch die oberland busse aber eins nach dem andern die wirklich so frau ja guckt euch das mal an was hier steht am bus ab alter moment die busse kommen hier echt leer an oder 30 von 30 die kommen leer an und fahren voll wieder weg gut dadurch dass ich jetzt muss eingesetzt haben müssten sie ja nicht auch öfters kommen hier steigen halt sehr viele aus glaube ich ja da draußen 26 drin sie steigen hier echt um so hin und her was ist das für ein bus wo kommt denn der brauner her überland bus ok im braun neuerdings da fahren leute mit anhänger durch ich hab's gesehen ja hier sind sehr viele touristen die hier ankommen gut aber hier ist auch unser touristengebiet aber das hat inzwischen auch mal aufgehört zum meckern wegen nicht genug touristen gut der flughafen ist ja auch gut bedient über landungsmuster können wir uns später wir können ja jetzt auch nicht die ganze folge hier nur an dem bus herum spielen wir haben immer noch so ein leichtes bus müll problem jetzt will ich nur einmal ganz kurz gucken ob ich die straßen also ein friedhof der da ausgeleitet ok ob ich die auch für alle brücken ja für müllwagen eingestellt haben das war hier fahrzeug beschränkung hier dürfen alles fahren außer taxis da nein hier dürfen keine müllwagen fahren ist nicht gut müllwagen muss sich erlauben weil die kommen ehrlich gesagt nicht mehr rechtzeitig überlegen so zwischen zwei kreuzungen haben wir das thema nämlich auch erledigt da kommen die müllwagen auch wieder besser überall hin und stipendium vergebe ich gerade absichtlich nicht in der uni damit wir geld kriegen bin doch gerade überlegen diese komischen müll dinge hier die zu sunset harber gehören die da die müll umschlags anlagen die anlagen müssen lkw zum einsammeln und temporären wir sammeln machen die lärm leicht man nicht so viel wie eine mülldeponie oder die mülldeponie macht 100 und die macht gerade mal 10 also an verschmutzung meine die dichter an die stadt baut weil hier ist ja teilweise echt die kommen ja nicht rechtzeitig hin wenn ich die hier das ist ja nur so eine kleine nebenstraße hier somit ranbau quasi zwei stück ist ja weit genug weg lärmbereich auch ich meine die anderen natürlich nicht aber die könnte man hier noch mit hinbauen und dann könnten sie das problem ist müssen sie durch den kreisel und das will ich jetzt natürlich nicht kurz pause ich mache jetzt eine kleine straße hier so aber die wird nur für müllwagen freigegeben und kurz die ampeln ausmachen dann fahren ja normale autos gar nicht erst lang das sollen sie auch nicht so die fahrzeugbeschränkung diese kleinen die große hier ja aber die kleine jeder soll nur müllwagen lang gute und fläche ss fahrzeuge aber nix anderes nix anderes ss falls es mal brennt oder so muss ich sie durchfahren lassen das geht nicht anders zwischen zwei kreuzungen gut ist ja die blödsinn ist eingestellt oder oder bis jetzt ja ist eigentlich wir können die müllwagen mich auch hier die straße lang fahren aber nur die dürfen hier lang tun sie auch gut die verteilen sich dann mich ein bisschen besser hier in der stadt muss ich sagen dann funktioniert das nämlich auch besser dann zu wissen das ist halt das problem wir brauchen jetzt aber auch gewerbe und ihr habt ja auch geschrieben ja das stimmt büro ist zwar nicht so effektiv wie industrie aber wenn man zu viel industrie baut hat man später das problem wir haben wir wissen nicht wohin mit unsere waren die haben den echten waren problem und das ist natürlich nicht so gut die baustelle hatten wir gebaut oder das eigentlich ist auch ein ding wunderbar tja das will ich gerade überlegen wie viele einwohner haben wir 101.000 staumäßig ist größtenteils größtenteils bis auf hier ist es sehr voll hier ist wirklich sehr sehr voll wir haben aber sonst größtenteils alles im griff ne so ist das hier überhaupt so voll ja ihr habt ja auch geschrieben die fußgänger sind größtenteils das problem ja das glaube ich auch weil hier ist teilweise ja hier ist teilweise schlicht und einfach nur das machen wir mal schnell das spurenproblem die fahren nach weder auf die falschen spuren hier er hier rechts rum er da warte mal der auf jeden fall nicht auf die rechte den sollte ich mal wenn schon auf die spur und diese hier ist ja auch eine linksabbiegerspur auf diese spur so dass die rechte bereich frei bleibt für die da quasi und hier quasi die sind ab da diese geradeaus aber in die mitte das hier wäre normalerweise die links spur die setze ich mal dahin gut und hier machen wir den schlicht und einfach dass das normalerweise der rechtsabbiegerspur wird machen wir sie geradeaus diese setzen wir denn hier nach da und diese nach da das geht hier ja gar nicht anders vielleicht kriegen sie es denn ein bisschen besser hin das problem war mich teilweise ich habe es eben gesehen dass die alle auf die linke spur sind dadurch diese hier blockiert wurden und dadurch ist dann da der stau entstanden so extrem viel verkehr kommt von hierher nun nicht das müsste sich jetzt einigermaßen geben zumindest kommen die die nach rechts wollen jetzt viel viel schneller rum ich hoffe es teilweise ist echt manchmal sind einfach nur die fußgänger das problem die pausenlos über die straße rennen und die autos anhalten manchmal einfach nur weil die zu blöd sind auf die richtige spur zu fahren geht jetzt oder gut die halten teilweise jetzt noch an wegen den fußgängern hier ist noch gut hier ist auch noch ein problem aber hier müsste es gehen größtenteils vereinzelt fährt man bus durch aber größtenteils geht es oder und da vorne naja größtenteils müssen sie warum kommen stellenweise die fußgänger ein bisschen ich glaube die hatte ich auch schon eingestellt hier die spur gut das steht stellenweise das ist nicht zum teil wieder eine fußgänger wo solange geht es ja hier nicht weiter es kam kommen sie jetzt so schneller rum jetzt stockt es da das problem das sind teilweise aber echte fußgänger aber ich kann hier keine brücke bauen ohne die häuser kaputt zu machen das funks und nügel nicht obwohl jetzt geht es doch jetzt läuft es dauert immer eine ganze weile bis sie das hier alles mal so eingebettet hat und da kommen sie ja weiter stellenweise bleiben sie immer wieder stehen aber es geht größtenteils voran sehen wird den das rüber laufen wir ja gerne verbieten aber dann laufen sie da alle rüber da ja sowieso da können sie ja da ist nicht so viel verkehr aber hier ist halt ein problem wenn wir glück haben gibt es nicht das hier nach einer weile die spuren haben sie ja hier steht ja so viel dass es echt dauert aber die wollen auch größtenteils echt geradeaus kommen hier halt nicht schnell genug weg ich würde ja liebsten die zebrastreifen sperren aber wo sollen sie sonst rüber laufen das ist halt das problem wo sollen sie sonst rüber laufen laufen sie wahrscheinlich hier rüber aber gut hier ist nicht ganz so viel verkehr noch nicht ich probiere es einfach prima schalte machen würde preiztungs und beschränken erstmal wenn ich den diese straße hier p hunger steifeln 77 5080 100 lights strock 3 was ich jetzt aber wollte wissen dass jetzt da die schilder möchte diese straße jetzt zu einer Vorfahrt 8. Straßen machen, dass quasi die Vorfahrtstraße hier lang geht. Hier. Dann kommen die ein bisschen schneller rum. Und das funktioniert nicht mit dem Fußgänger sperren. Die bleiben hier trotzdem stehen. Ne, jetzt geht's. Jetzt blieben wir wieder stehen. Habt ihr das gesehen? Wenn kein Fußgänger da war, bleiben sie stehen. Wenn sie hier rüber laufen. Das war das, was ich so befürchten hatte. Ich glaube, ich werde auch hier den Zebrastreifen sperren müssen. Bleibt mir ja gar nichts anderes übrig, auch wenn ich es nicht gerne mache. Dann müssen sie riesen Umwege laufen, aber geht ja nicht anders. Dann kommen sie hier ein bisschen besser rum. Der müsste sich das da vorne auch gleich aufwählen. Dann machen wir, wie sie jetzt fahren können. Der muss zwischendurch warten, weil der hat halt Vorfahrt 8. Da ist ja jetzt auch nicht so viel Verkehr. Guckt, zwischendurch kommen sie ja mal raus. Also das müsste sich jetzt gleich geben. Ohne, dass wir jetzt hier stundenlang mit Ampeln rumspielen. Die bringen sowieso nichts. Es dauert bloß eine Weile. Es dauert eine ganze Weile. Gut, dann lasse ich in der Zwischenzeit mal das ein bisschen schneller laufen. Ups. So. Was ist in eurer Notfallausrüstung dabei? Ich habe Nahrung. Ey, ich war noch nicht fertig. Ich habe Nahrung, Wasser und eine große Taschenlampe zum Leuchten und Kämpfen vorbereitet. Na dann. Ob das hier sich später klärt? Ich weiß es nicht. Im Moment flutschen sie ja ganz gut rum, aber Ob das ausreicht? Ich habe das Gefühl, es kommt mehr Verkehr nach, als hier reinfährt. Das werden wir sehen. Ja, ihr habt auch schon ein paar Mal gespringen. Notfalls kann man einmal den gesamten Verkehr löschen. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache, ne? Aber anscheinend scheint das zu funktionieren. Jetzt dauern wir eine ganze Weile. Aber gucken, hier wird schon weniger. Scheinen wir in den Griff zu kriegen? Teilweise sind echt die Flussgänger ein Problem. Hier haben wir halt auch noch ein Problem. Aber hier ist die Schwur schon eingestellt. Ja. Das würden die sich hier nicht so perfekt rum. Kommt wegen den Linksabwegern hier. Aber es sind ja zum Glück nicht so viele. Ah, jetzt wird es wieder länger. Ah, hier ist einfach zu viel Verkehr. Und hier gibt es wieder... Ja. Es ist einfach zu viel Verkehr hier. Könnt ihr euch daran erinnern, wo wir das hier gebaut haben? Ganz am Anfang hatten wir hier so gut wie gar keinen Verkehr. Ach. Ja, das ist aber wieder herrlich. Genauso wie hier am Kreisel. Hier ist es auch ständig voll. Alter. Der Stau geht hier auch schon Kilometer weit. Das liegt teilweise daran, dass die hier immer anhalten. Warum? Aber wann kommt von hier unten so viel? Hier dürfen sie gar nicht lang. Hier dürfen nur Müllwagen lang. Und hier hoffe ich ja... Gut, hier fahren teilweise die Fahrzeuge, die das abholen. Ah. Und Privatfahrzeuge fahren hier lang. Das sind wahrscheinlich die, die da arbeiten. Weil die Straße hier kommen sie nicht lang. Aber es dürfte doch gar nicht so viel Verkehr sein, was von hier kommt. Ne, ist auch nicht. Die halten hier bloß teilweise an, weil sie hier nicht schnell genug rumkommen. Und hier sind teilweise echte Flussgänger das Problem. Hier muss ich was unternehmen. Und das geht zwar ganz einfach. Wir machen einen unterirdischen Fußgängerweg. Dann kommen sie immer noch unter durch. Und wir können die Zebrastreifen da sperren. Ähm, aber gerne einmal, ohne dass er mich hier rumärgert. Einmal, zack. Da lang. Ah, es wird aber eng gehen. Und wenn ich das von hier so schräg runter setze, müsste es noch besser gehen, oder? Ah, einmal hoch, bitte. So. Echt, jetzt so lang? Okay. Bis da. Und den setzen wir dann einfach hier wieder hoch. Das geht. Das geht. Dann können sie rein theoretisch unter durchlaufen. Jetzt müsste ich nur noch einmal die Kreuzung hier für Fußgänger schon bären. Die hier. So. Laufen wir mal, dass sie es machen. Und dass sie jetzt hier unter durch rennen. Dann kommen die vielleicht ein bisschen schneller rum. Habt ihr ja auch geschrieben, dass die Fußgänger stellen, weil sie das Problem sind. Sie auch. Zumindest hier. Hier kommen sie doch schon viel, viel besser raus. Ja. Die können ja hier unter durchlaufen, wenn sie es unbedingt wollen. Tun sie ja jetzt zum Glück auch. Dann wird das Problem hier auch erledigt. Dann dürfte sich das hier mit der Zeit ein Hänge geben. Dauert natürlich eine Weile, bis das hier weggelaufen ist. Aber da muss doch was. Die stehen ja schon bis dahin, Alter. Dauert jetzt natürlich auch eine ganze Weile, bis sich das hier erledigt hat. Uuha, uuha. Uuha. Vor allem, die schauen sich ja immer noch auf der Seite. Warum? Weil die hier alle rumwollen. Und hier spielen die wieder... Wenn die richtig Spuren eingestellt sind hier, wie es aussieht. Ja. Die wollen genauso viele nach links, wie die hier unten nach links wollen. Die überkreuzen sich hier natürlich. Ja, das lässt sich so aber ehrlich gesagt nicht wirklich vermeiden, ne? Wollen die warum hin, wenn die alle hier hinwollen? Ah, die wollen hier rüber. Okay. Wäre das nicht einfacher, wenn ich denen hier das links abbiegen verbiete? Dann kommt die leichter rum? Weil ich glaube, da bleibt mir gar keine andere Wahl, weil... Die überkreuzen sich hier einfach zu oft. Das ist das Hauptproblem hier. Hier sind natürlich zum Teil auch die Fußgänger dran schuld, klar. Aber das dürfte nicht das Hauptproblem sein. Wir probieren es einfach mal aus. Äh, so... Einmal hier, einmal runter. Da willst du nicht. Echt nicht? Da will nicht. Warum nicht? Jetzt. Hätte ich hier einmal durch. Bis ungefähr da. Und hier wieder irgendwie hoch. So. Da könnte man das hier auch sperren für Fußgänger, aber ich glaube nicht, dass es großartig jetzt das Problem löst. Ich meine, die können jetzt auch da durchgehen, tun sie ja auch gerade schon. Sieht man schon, da sind schon einige reingerannt. Aber das Hauptproblem ist halt echt, dass sie sich hier kreuzen. Hm. Warum halt das viele wollen hier rum, viele wollen da rum. Das ist zu viel des Guten. Da kommt einfach zu viel Verkehr. Aber wie soll ich das am besten machen? Ich kriege ja wohl kaum von da nach da. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, das hier schnell zu erledigen, wäre echt... Entweder den das Linksabbiegen zu verbieten. Wir sind doch nicht ganz so viele. Das wäre wahrscheinlich schlauer. Na, warte mal. Das kriegen wir hin. Ähm, Moment. Ich sage ja, ein paar Standoptimierungen müssen auch mal sein. Das ist leider gar nicht vermeiden. Hier ist doch gar nichts eingestellt, ehrlich gesagt. Ich dachte, ich hätte hier jetzt die Spur eingestellt. Der nach da. Der natürlich nach hier. Damit sie sich gar nicht erst in die Quere kommen. Ich probiere es erstmal so mit richtig einstellen. Vielleicht klappt das ja. Da glaube ich zwar weniger. Aber ich stelle es trotzdem mal richtig ein. Das wäre dann die Rechtsabbiegerspur, wenn das jetzt normal eingestellt wäre. Das wäre dann wieder die Geradeaus-Spur. Und das wäre natürlich die Linksabbiegerspur hier. Dahin. Dann müsste er hier natürlich genauso. Rechts. Die Geradeaus. Ich habe, glaube ich, so viele Kreuzungen noch nicht eingestellt. Das ist ja furchtbar. Der wäre wieder hier nach links. So, und er füllt noch hier. Das wäre natürlich rechts. Das wäre geradeaus. Damit jeder gleich auf der richtigen Spur bleibt. Und diese wäre natürlich wieder hier nach links. Kreuzen tun sie sich ja natürlich trotzdem. Das ist halt das Problem. Dessen gehe ich mal davon aus, dass das nicht funktionieren. Zumindest könnte hier die geradeaus-Fahrer schon mal weiterfahren, weil die auf die richtige Spur fahren. Dann wäre vielleicht wichtig, hier nochmal Vergesszeichen zu benutzen, ne? Also, ähm, wirklich eher schöner. Ach, habe ich schon. Okay. Die sind da schon drin, ne? Wunderbar. Fußgänger laufen zumindest jetzt unten durch. Das kommt halt auch, weil so viel von da kommen, ne? Aber eigentlich müssen sie jetzt doch ein Tiefchen besser rumkommen. Ich hoffe, es ist zu Minis. Ähm, büüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Dass wir halt auch mal ein bisschen optimieren müssen zwischendurch. Gehört Schleswig auch zum Spiel. Allein schon die Fußgänger. Aber ihr seht ja, was hier an Fußgängern rumläuft. Ah, das ist zwar vielleicht noch nicht ganz optimal, aber es scheint ein bisschen besser zu laufen. Auch wenn es nicht viel besser ist, aber ein bisschen. Es kommt ja zumindest schon bei einer Ecke besser rum. Ich muss mir hier halt noch was einfallen lassen, dass sie sich hier überkreuzen. Ich hatte ja gehofft, dass das hier oben leer läuft, damit sie hier besser rumkommen. Aber jetzt und doch, jetzt kam noch ein großer Schwung rüber. Vielleicht gibt es nicht das mit der Zeit. Ich meine, das ist halt... Wie gesagt, die Kreuzungen sind halt alle nicht richtig eingestellt. Und zumindest größtenteils nicht. Scheint hier jetzt aber so funktionieren. Vielleicht gibt es nicht das mit der Zeit. Scheint es kürzer zu werden, gut. Aber was ich meine, ihr seht ja, was hier für Leute rumrennen. Das ist ja abartig. Und nur, weil hier eine Schule steht, oder was ist das? Eine Oberschule. Und da halt eine U-Bahn-Station, die dauerbefüllt ist. Hier gehen sie unter durch. Kommen da wieder raus. Rennen zum Hubschrauber. Die sind ja beliebt, wie nichts Gutes. Ich glaube, wir brauchen wesentlich mehr, wesentlich mehr öffentliche Verkehrsmittel. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich werde mal gucken, ob ich noch mehr Hubschrauber reingebaut kriege. Das Problem hat sich hier auch noch nicht so ganz gelöst, aber ist zumindest kürzer geworden. Die standen bis da hinten. Die flutschen hier jetzt ein bisschen besser. Eigentlich wesentlich besser. Ich glaube, das kommt jetzt eigentlich nur noch dadurch, dass sie hier abbremsen müssen. Ja, dass sie halt nicht schnell genug rumkommen, ne? Das sind teilweise die Fußgänger hier, ne? Teilweise, ja. Hier teilen sie sich aber auch gut auf. Ein Teil fährt geradeaus weiter. Also mit der Zeit, wenn der Verkehr mal ein bisschen nachlassen sollte, müsste das kürzer werden. Und wie wir hier sehen, wird das ganz, ganz langsam kürzer. Der Verkehr läuft ja zum Glück, ohne dass er großartig steht. Dadurch, dass die Kreuzung jetzt richtig eingestellt sind, die die geradeaus fahren, fahren mich nicht mehr nach rechts. Das ist manchmal furchtbar. Teilweise fällt hier noch was ab. Also das sollte sie schon geben. Gut, denn seid mir nicht böse, dass wir diese Folge nur hauptsächlich optimiert haben. Aber es musste leider mal sein. Nächste Folge arbeiten wir dann ein bisschen weiter. Und gucken mal, dass wir noch ein paar öffentliche Verkehrsmittel kriegen. Touristen sind auch wieder, wie es aussieht, einigermaßen zufrieden. Passt doch. Vor allem wollen wir ja noch den großen, das ist nämlich, glaube ich, nicht der. Nee, das ist nur der Fliegerclub. Wir haben noch den großen Stadtflughafen, den Privatflughafen. Mal gucken, den habe ich auch noch nie gebaut. Mal sehen, wo wir den hinbauen. Lasst euch überraschen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.